Hallo zusammen zur folgenden Aufgabe. Sechs Hühner legen sechs Eier in sechs Tagen. In zwölf Tagen legen zwölf Hühner wie viele Eier? Zwölf, 24, 144 oder 864. Benötigst du noch Bedenkzeit, dann klicke kurz auf Pause, gleich gibt es die Auflösung. Kommen wir zur Auflösung. Schauen wir uns die sechs Tage an. Da legen sechs Hühner sechs Eier. Wenn wir jetzt aber die Hühner verdoppeln, verdoppelt sich auch die Anzahl der Eier. Das heißt zwölf Hühner legen zwölf Eier. Wenn wir jetzt nochmal sechs Tage nehmen, also die Tage verdoppeln, dann haben wir nochmal zwölf Eier, haben sich die Eier also auch verdoppelt. Daher insgesamt 24 Eier von zwölf Hühnern an zwölf Tagen. Richtige Antwort, also Antwort B. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr richtig wart und teilt dieses Video doch mit euren Freunden. Danke und bis zum nächsten Mal. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an eure Klasse und Freunde weiterempfehlen würdet. Vielen Dank und bis bald.